hallo und herzlich willkommen zu lego harry potter 1 bis 4 wir machen weiter mit dem zweiten level von jahr 4 und zwar nennt sich das drachen da mir noch gar nichts bis auf die münzen ja und dann beginnen wir heute mal damit so okay die sitting so dann wenn wir das erst mal machen so Dann bauen wir das mal schätzt an. Na komm. Was könnte das sein? Okay, wirklich nur Münzen. So, dann haben wir da das. Da haben wir das dritte. Dann bauen wir da das zusammen. Ich glaube, das ist weiter hinten. Okay. So. Grün, galb, blau. Oh. Rot, galb, blau, grün. Rot, gelb, blau. Grün. So. So. Die andere sind wir direkt oder was? Okay, dann machen wir erst mal weiter. Okay. 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 ambitious. Okay. Okay. verlangt ja komm schon gut ja 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 So, dann haben wir den zweiten Wappen. So, dann haben wir den zweiten Wappen. So, dann haben wir da das vierte Wappen. Dann haben wir da noch einen Charakter. So, dann haben wir das noch schützt. Das dauert aber lange. So, dann haben wir den vierten Wappen. Oh, da ist ja doch noch was. Damit haben wir nicht mehr gerechnet. Ja, eigentlich haben wir es schon. Ah, der noch. So, jetzt haben wir alles. So, dann speichern und verlassen. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3. Jetzt kommt der erste Wappen. Schülern Gefahr. Und dann bekommen wir wieder die goldenen Steine. So, perfekt. Dann bis zur nächsten Folge. 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 Dann bis zur nächsten Folge.